Das ist eine kleine Schraubenfeder aus Nitinol, einer Formgedächtnis Nickel-Titan-Legierung. Wie jede Schraubenfeder hat sie eine Elastizität. Man kann sie belasten und wenn die Last wieder zurückgeht, dann nimmt sie die ursprüngliche Form an. Ist aber die Last zu groß, dann wird sie plastisch deformiert. Bei einem normalen Material wäre das fatal. Bei einer Formgedächtnis-Legierung kann man aber die ursprüngliche Form durch Erwärmen wiederherstellen.